Herzlich willkommen aus dem Studio von Hyperraum TV. In unserer heutigen Sendung geht es wieder einmal zu den Sternen, genauer gesagt zu deren dunklen Begleitern, den Exoplaneten. Da hat sich in den letzten Jahren ziemlich viel getan. Was genau? Das ist unser Thema. Die Entdeckungsgeschichte von Exoplaneten verläuft geradezu explosiv. In den letzten 20 Jahren ist eine Flut solcher Objekte entdeckt worden. Inzwischen werden sogar Satelliten in den Weltraum geschickt, deren einzige Aufgabe es ist, nach solchen fremden Welten zu suchen. Und immer mehr erkennen wir, unsere Galaxis ist offenbar übersät von Sternen mit Planetensystemen. Dabei können wir heute nur die Größten unter ihnen und natürlich auch nur die in unserer eigenen Milchstraße beobachten. Die Zahl der bekannten Sternentrabanten liegt nun im Tausenderbereich. Was viele noch vor einem Jahrzehnt für unmöglich gehalten haben, die Entstehung von Planetensystemen scheint für sonnenähnliche Sterne der Normalfall zu sein. Noch können wir die Exoplaneten meist nicht direkt sehen. Die Reflexion des Lichtes ihres Zentralgestirns ist zu schwach für unsere Sensoren. So sind indirekte Methoden für den Planetenjäger heute noch das Übliche. Einer dieser Forscher, der seit Jahren erfolgreich Jagd auf Exoplaneten macht, ist Ansgar Reiners, Direktor des Instituts für Astrophysik an der Uni Göttingen und maßgeblich mit an den Entdeckungen beteiligt, die unsere nächstgelegenen Sterne betreffen. Seine jüngste Entdeckung 2018, der erste Exoplanet um Barnards Stern. Herr Reiners, erzählen Sie uns doch etwas darüber, wie es überhaupt zur Entdeckung von Barnards Stern gekommen ist. Die Suche nach dem Planeten bei Barnards Stern, die geht ja mehrere Jahrzehnte zurück. Und diesen Planeten zu finden war eben eines der größeren Programme der Exoplanetenforschung. Und wo wir ins Spiel kommen, ist einerseits, wir haben verschiedene Programme zur Suche nach Exoplaneten und benutzen eben auch Daten aus Archiven, die wir durchforsten, um sie eben neu auszuwerten, mit neuen Methoden und mit neuen Daten zusammenbringen. Geben Sie uns doch noch etwas genauere Informationen, wo diese neuen Daten eigentlich herkommen. Diese Daten kommen eben im Wesentlichen von dem Spektrografen, der Carmenes heißt. Das ist ein Projekt, ein deutsch-spanisches Projekt, wo wir seit vielen Jahren beteiligt sind, wo Göttingen eben auch sehr maßgeblich vorne mit dabei ist, wo wir am Cala Alto Observatorium in Andalusien, in Spanien, das 3,60 Meter Teleskop nutzen und dort eben sehr massiv nach Planeten suchen. Und wie kommt da jetzt die ESO ins Spiel, die ja breit über die Entdeckung berichtet hat? Ja, für den Banas-Stern jetzt wurden, wie gesagt, viele verschiedene Datensätze zusammengeführt. Um geht diese Veröffentlichung dann auch publik zu machen. Ich habe den Eindruck, dass die Nutzung der alten Daten immer wichtiger wird. Ist das ein Trend in der modernen Astronomie oder wie sehen Sie das? Ja, das ist sicherlich, ich würde das gar nicht als Trend bezeichnen, sondern ich glaube, das war immer schon so. Also die Tatsache ist einfach die, dass mit diesen, also vor allen Dingen auch mit Satellitenmissionen, aber auch jetzt mit den bodengebundenen Instrumenten, die wir nutzen, natürlich Daten aufgenommen werden. Wenn man die mal aufgenommen hat, dann hat man die ja. Und also wird man in der Zukunft immer zurückgreifen auf Daten von früher. Für uns sind teilweise auch noch Daten aus dem alten China oder so interessant. Jetzt hat also die ESO das Thema Publicity trächtig vermarktet. Und sie zeigt dabei immer auch schöne Bilder, sogenannte Artistic Impressions. Die Frage an den Experten, was wissen wir denn eigentlich darüber, wie dieser Planet tatsächlich aussieht? Haben die tollen Illustrationen, die wir da sehen, etwas mit der realen Landschaft des Planeten zu tun? Ja, da muss man tatsächlich fast Nein antworten auf diese Frage. Also Sie meinen, das ist Science Fiction? Ja, genau. Also die Bilder, die man in den Pressemitteilungen sieht, das sind künstlerische Darstellungen. Das hat im Zweifelsfall, im besten Fall hat es was damit zu tun, was man da sieht. Man kann aber da keine Aussage treffen. Was wir wissen, ist tatsächlich nur die Masse. Und dann weiß man natürlich noch den Abstand zum Stern. Das ist eben auch eine schöne Sache, weil man dann eine grundsätzliche Aussage darüber machen kann, wie viele Strahlung bei diesem Planeten ankommt. Und wenn der jetzt wie bei Banar sehr weit weg ist von dem Stern, dann ist es da eben vermutlich sehr kalt. Was man von der Masse eben noch sagen kann, ist, dass wir die Modelle zur Planetenentstehung und auch aus den Planeten, die wir in unserem Sonnensystem beobachten und auch aus allen anderen, die man noch mit anderen Methoden beobachtet hat, mittlerweile doch eine ganz gute Idee davon hat, dass eben so ein Planet, wie jetzt Banars Stern B einer ist, doch vermutlich eben so ein tellurischer, wie gesagt, ein erdähnlicher, also so ein Gesteinsplanet doch vermutlich ist. Das heißt, er wird eine feste Oberfläche haben. Davon kann man eigentlich fest ausgehen. Und ob er eine Atmosphäre hat oder nicht, darüber kann man leider im Moment noch gar nichts sagen. Der Planet ist also kein großer Gasplanet wie Jupiter. Das zumindest wissen wir heute. Was würden Sie sich denn in Zukunft wünschen, um dem Planeten irgendwie näher zu kommen und sehen zu können, wie es auf seiner Oberfläche tatsächlich aussieht? Also der ganz toll wäre natürlich, wenn man hinfliegen könnte und gucken könnte. Also so ein Bild wäre selbstverständlich sehr spektakulär und wird ja in einigen Kontexten auch angedacht. Das wäre sicherlich ein ganz großer Schritt, einfach mal definitiv zu sagen, wie so ein Ding so aussieht. Davon sind wir im Moment noch weit entfernt. Das nächste oder was man so bräuchte, wäre eben das, was wir bei vielen anderen Systemen haben, ein Transitsystem. Bei der sogenannten Transitmethode läuft der Stern von der Erde aus betrachtet direkt über dessen Oberfläche. Erkennbar macht er sich durch periodische Schwankungen in der Helligkeit des Muttersterns. Für den Astronomen an irdischen Teleskopen ist dieser Spezialfall besonders attraktiv. Dann nämlich besteht die Möglichkeit, diese Veränderungen im optischen und im infraroten Spektrum detailgenau zu analysieren und im Randbereich der Abdunklung spektroskopisch zu zerlegen. Damit lässt sich sogar etwas über die Zusammensetzung der Atmosphäre des so sichtbaren, dunklen Flecks, also des Planeten, in Erfahrung bringen. Noch ein paar Informationen zur Radialgeschwindigkeitsmessung, mit der Astronomen die minimalen Bahnschwankungen eines Sterns messen, ausgelöst durch die Gravitation des Planeten. Der Stellarphysiker kann aus diesen Daten die Masse des umlaufenden Planeten errechnen. Der Planet selbst ist dabei aber nicht sichtbar. Es handelt sich um eine indirekte, wenn auch eindeutige Beobachtung. Limitierung ist, dass unsere Messinstrumente die extrem schwachen Abweichungen nicht tief in den Weltraum hinein messen können. Nur Planeten in recht naher Umgebung zur Sonne sind so zu erfassen. Konkret, für erdähnliche Planeten mit einem Massebereich, der deutlich kleiner als Jupiter ist, reichen unsere Instrumente heute bis etwa 150 Lichtjahre hinaus. Im Vergleich, die längste Ausdehnung der Scheibe unserer Milchstraße misst 200.000 Lichtjahre. Der am weitesten von der Erde entfernte Planet, ein mächtiger Gasplanet, der ein Vielfaches der Jupitermasse hat, ist übrigens ein Exoplanet in rund 22.000 Lichtjahren Entfernung, nahe dem Zentrum unserer Milchstraße. Er trägt diesen recht kryptischen Namen und ist ein sogenannter brauner Zwerg. Entdeckt wurde er übrigens mit der neuesten, der sogenannten Microlensing-Technik. Wie das geht? Man beobachtet nicht das Licht des Muttersterns, sondern das Licht eines besonders lichtstarken Himmelsobjektes hinter diesem Stern, der sogar das Licht des Muttersterns überstrahlen kann. Das Licht des Hintergrundsterns wird aber durch die Gravitation des davor befindlichen Muttersterns verstärkt und diese Verstärkung ist messbar und sogar die zusätzliche kleine Veränderung, die vom Gravitationsfeld des Exoplaneten ausgelöst wird. Sowohl der Mutterstern als auch der Exoplanet fungieren also als einsteinsche Gravitationslinse. Aus solchen Veränderungen, die das Licht des hellen Hintergrundsterns durch diesen Gravitationslinseneffekt zeigt, lässt sich dann also der Exoplanet berechnen. Bei dem uns so nahegelegenen Barnardsstern kann diese Transitmethode natürlich nicht zum Einsatz kommen. Herr Professor, das ist doch richtig so. Genau, also wenn der Planet vor seinem Stern vorbeilaufen würde, das er in diesem Fall nicht tut, aber wenn es ein Transitplanet wäre, dann könnten wir eben durch dieses Durchscheinen, durch die Atmosphäre feststellen, was für eine Atmosphäre er hat und wir könnten natürlich auch feststellen, ob er überhaupt eine Atmosphäre hat. Bisher untersuchen Astrophysiker Planeten von der Erde aus, üblicherweise in Infrarot und im Radiospektrum, nur sehr selten optisch. Warum eigentlich nicht da, wo wir etwas sehen können? Also derzeit sind die Teleskope dafür eben noch nicht so ganz ausgerichtet. Man braucht räumliche Auflösung, nennen wir das. Also man muss genauer hinschauen können und das macht man dann eben das Auge vergrößert, also das Teleskop vergrößert. Man muss dann eben noch aufpassen, der Planet ist sehr, sehr viel dunkler als der Stern. Also das Stichwort Kontrast ist dann eben der Fall. Diesen sehr hellen Stern hinein und will einen sehr dunklen Planeten an seiner Seite entdecken. Wir haben jetzt sehr viel über Grundsätzliches gesprochen. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, woran Sie in Göttingen mit Ihren Kollegen in Sachen Exoplaneten noch so forschen. Wo liegt denn da Ihr Schwerpunkt? Eins unserer Hauptprojekte, was wir ja machen, ist, Planeten in der näheren Sonnenumgebung zu suchen. Und der Fokus sozusagen verschiebt sich zumindest, was unsere Arbeit angeht, ein bisschen im Moment von den Sternen, die so ähnlich aufgebaut sind wie die Sonne, also so heiß wie die Sonne, knapp 6000 Grad, hin zu den kühleren Sternen, sogenannte M-Sterne, von denen es sehr viel mehr gibt, von diesen kühleren Sternen und die auch in der Solarnachbarschaft, einfach weil es von denen so viele gibt, überwiegen. Das heißt, unsere nächsten Nachbarn sind eigentlich alles so sehr leichte Sterne. Woran liegt es denn eigentlich, dass die Forschung bisher vor allem auf die sonnenähnlichen Sterne ausgerichtet war? Dieser ganze Bereich wird so ein bisschen auch dadurch getrieben, was für Satellitendaten es gerade gibt. Es gab Corot, den Satelliten, der hat eben nach Transitplaneten gesucht. Der hat auch die Stellarstruktur versucht zu verstehen. Dann gab es das Kepler-Projekt, den Kepler-Satelliten, der sich eben auf sonnenähnliche Sterne spezialisiert hat. Deswegen kennen wir auch so viele Planeten um solche Sterne. Und jetzt gibt es das Testprojekt und das ist das gleiche im Grunde wie Kepler, nur eben um M-Sterne, wenn man es mal vereinfacht darstellen möchte. Und da erwarten wir in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten eigentlich, wirklich eine Datenexplosion, wo es um das Auffinden von Planeten um solche Sterne gibt. Das bedeutet für uns, die wir uns sowieso mit diesen Sternen spektroskopisch, also mit der Radialgeschwindigkeitsmethode beschäftigen, dass da sehr, sehr viele Möglichkeiten auftauchen werden, um diese, ich sag mal, Kronjuwelen unserer Arbeit, also die Planeten, bei denen man die Masse durch die Radialgeschwindigkeitsmethode und den Radius durch die Transitmethode und dann vielleicht auch die Spektren und die Atmosphäre und so weiter bestimmen kann, dass von denen eben sehr viele jetzt auftauchen werden in nächster Zeit. Und das ist für uns sehr, sehr aufregend im Moment. Wenn man nicht mehr sonnenähnliche Sterne, sondern rote Zwerge in unserer Nachbarschaft beobachtet, was verändert sich da für den Planetenjäger? Was wissen wir also über den Zusammenhang von Sternentstehungen und der Entstehung ihrer Planeten? Die Vorgänge, wie so ein Stern entsteht und vermutlich auch, wie die Planeten entstehen, lassen sich physikalisch schon in die gleichen Gruppen zusammenfassen. Also diese Prozesse lassen sich absolut vergleichen, zumindest glauben wir das im Moment noch. Das muss auch nicht so sein, das ist eben auch ein bisschen schwierig. Wir haben das eine Sonnensystem, wo wir Teil sind, wo wir gute Informationen haben und bei den ganzen anderen Sternensystemen, da bauen wir uns das Bild so zusammen, wie die beobachterische Lage eben gerade so kommt. Vielleicht haben wir da ja aber auch ein falsches Bild, wenn wir da unser eigenes System als Referenz nehmen. Denn tatsächlich unterscheiden sich die gefundenen Planetensysteme doch sehr stark von unserem Sonnensystem, richtig? Man muss sich immer einmal klar machen, dass wir im Grunde nicht ein einziges planetares System um andere Sterne kennen, was auch nur im Entferntesten so aussieht wie das Sonnensystem. Die Planeten, kein Planeten des Sonnensystems, würden wir mit Methoden, die wir heute beherrschen, überhaupt finden. Naja, vielleicht Jupiter, so grob. Der erste Planet, der gefunden wurde, 51 Pegasi, ist ein Planet, den man mit Jupiter vergleichen kann. Von der Größe und des Gewichts her, der Stern ist auch so ähnlich wie die Sonne. Aber dieser Planet hat eine Umlaufdauer von viereinhalb Tagen. Man ist ja einmal rum um seinen Stern. Das ist was komplett anderes. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass es sowas irgendwo da gibt. Dann war auch erstmal die Frage, wie kommt denn der da überhaupt hin? Der kann da nicht entstanden sein. Da gibt es Modelle, wie das passiert. Das ist alles nicht physikalisch überraschend. Aber dann fängt man eben an, sich ernsthaft zu überlegen, wie das passieren kann. Die müssen dann irgendwie ihre Umlaufbahn so ein bisschen verändern. Der muss weiter draußen entstanden sein, der muss wieder rein und so weiter und so fort. Und das sind dann so die Details, die man dann anfängt, sich wirklich spezifisch zu überlegen, wenn man weiß, dass es diese Objekte auch gibt und wenn man auch weiß, dass es sich auch physikalisch lohnt, darüber nachzudenken. Sie haben ja schon berichtet, dass jetzt die M-Klasse der Sterne in den Blickpunkt gerät. Und was ändert sich denn dadurch in Sachen Planetensysteme? Was sich dann verändert, das sind andere Sterne. Diese Sterne sind maximal halb so schwer und auch nur halb so groß wie die Sonne. Und die machen viele Sachen anders, als die Sonne das macht. Und wir wissen nicht wirklich, wie sie das machen. Also das ist jetzt physikalisch kein riesiges, ungelöstes Problem grundsätzlich, aber es geht eben da mittlerweile schon um die Details. Und in diesem Bereich müssen wir sehr viel verstehen, was die Stellarphysik angeht. Und das ist so ein physikalischer Bereich, der sehr interessant ist, der immer schon interessant war und mich auch immer schon interessiert hat. Aber das ist natürlich so ein Spezialbereich, der jetzt nicht so, ich sage mal, nicht so sexy ist wie Exoplaneten. Aber wir müssen jetzt in diesem Bereich wirklich Fortschritte machen, um diese Sterne gut zu verstehen, damit wir das, was um diese Sterne herum funktioniert, was passiert, überhaupt verstehen können. Also bisher habe ich immer gedacht, wir kennen die Physik der Sterne inzwischen gut, wie sie sich da abhängig von ihrer Größe im Lauf der Geschichte verändern und dabei durch das Herzsprung-Rassel-Diagramm bewegen. Ich habe also gedacht, das Thema Sternentstehung sei für die Wissenschaft weitgehend durch. Jetzt kommen Sie und sagen mir, dass das alles gar nicht so ist. Habe ich Sie denn da überhaupt richtig verstanden? Da haben Sie sich vollkommen richtig verstanden, ja genau. Das ist also überhaupt nicht klar und das ist das Gleiche, wie was ich vorhin gesagt hatte. Im Grunde sind die Systeme alle gleich. Die Physik ist überall bei denen gleich und ich glaube, wir wissen so halbwegs, wie die Sterne grob funktionieren, was das bedeutet, wenn wir von einem M-Klasse-Stern reden. Was das aber im Detail bedeutet, was die jetzt wirklich machen und wie die Physik im Inneren abläuft, davon verstehen wir einfach ganz, ganz, ganz wenig. Und was man natürlich nach außen immer versucht zu formulieren, ist das Bild, das wir verstehen. Aber dann hört man natürlich an der Stelle auf, wo wir es nicht mehr verstehen. Das wird dann für den Nicht-Experten auch natürlich sehr schnell langweilig. Aber an der Stelle gehen natürlich die wissenschaftlichen, physikalischen Fragen eigentlich los. Und von denen haben wir noch unzählig viele und unzählig große. Naja, langweilig wird das aber doch nicht für uns. Deswegen lassen Sie uns noch etwas mehr erfahren, was wir heute über die M-Sterne wissen und was eben auch nicht. Ja, also eine, denke ich, auch sehr anschauliche Frage, die mich und die uns auch in der Arbeitsgruppe sehr stark beschäftigt, ist, wie sehen die Sterne eigentlich aus? Also bei der Sonne können wir hinschauen und sehen, die Sonne hat Sonnenflecken, wenn sie stark aktiv ist. Im Moment ist sie sehr inaktiv in einem Stadium, wo sie kaum Flecken hat. Das heißt, erst mal verändert die Sonne sozusagen ein bisschen ihr Aussehen. Hin und wieder hat sie kleine Flecken und dann wandern die so ein bisschen. Das ist halbwegs verstanden. Warum das so ist, noch lange nicht. Das ist eine wissenschaftlich interessante Frage. Bei den Sternen, mit denen wir uns beschäftigen, diese M-Sterne, ist das aber ganz anders. Man weiß, dass die sehr viel mehr von so fleckenartigen Gebieten haben müssen. Also die haben eine sehr viel inhomogenere Oberfläche. Das glauben wir zumindest zu wissen. Aber wie das aussieht, ob das Flecken sind wie bei der Sonne oder ob das einfach ein großes Durcheinander ist und ob die an den Rotationspolen am Nord- und Südpol anders sind als am Äquator. Das versuchen wir herauszufinden. Da gibt es viel Information, aber kein wirklich belastbares Verständnis, sage ich mal. Und das geht so weit, dass es also eigentlich im Moment fast unmöglich ist, wirklich eine gute Aussage über so eine Temperatur wie bei der Sonne zu machen. Bei der Sonne können wir die Temperatur so 5800 Kelvin irgendwie messen. Wir haben eine ganz gute Vorstellung davon und dann sind da eben so ein paar Flecken drauf oder mehr oder weniger Flecken, die dann kühler sind, die das Bild ein bisschen durcheinander bringen. Bei diesen kleineren Sternen ist das vermutlich ganz anders. Also die haben wahrscheinlich zumindest eine sehr viel größere Temperaturunterschiede oder zumindest sehr viel mehr davon über die Oberfläche. Und das führt dazu, dass wir so ganz nicht wissen, was da eigentlich abläuft. Das wüssten wir gerne. Also wir wissen grob, wie das funktioniert und wie man sich das vorzustellen hat. Aber jetzt wollen wir es langsam auch richtig wissen. Jetzt brauchen wir die Details und an der Stelle sind wir noch längst nicht so weit, wie man sich das oft vorstellt. Na, da nehme ich jetzt jedenfalls mit, dass nicht nur bei den Planetensystemen, sondern auch bei den Sternen für Astrophysiker noch genügend Fragen offen sind. Herr Reiners, danke fürs Gespräch. Und damit sind wir für heute am Schluss unserer Sendung angekommen. Bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.